Montag alles klar aber auch nur wenn du mich nicht aufschließt sie sind nicht was ich hier ich habe gerade eine Artwerfer der auf diese Distanz nicht mal explodiert ein Artwerfer explodiert auf die Distanz ich hab hier noch wenn sie in die Staaten gerade ziemlich dicht wenn man das so sagen kann und der ist nicht explodiert und ja ich hab ja nicht getroffen also zu zins nicht eingehen auf mit Schüsschen und mit Küsschen so endlich bin ich drin und jetzt so unfair bin ich auch, oder nicht? wenn du das tust karl ich weiß dass ich gerade und wie sie es in der Nähe von der Kalle sagt heute eine Röcke das wäre zu cool das wäre das wäre gut für dich zum Beispiel das meide das heute haben wird ein blick so um auf einmal zu so einem Weg das ist ja nicht mehr so das ist so wichtig das ist ein Teil Ich trau mich jetzt nicht raus Ich weiß, Carlo kämpft Nein, ich bin schon lang Ich wollte gerade sagen, ich bin schon lange da weg Ja Lügen, lügen, lügen Ah Jetzt wird er irgendwo mitten in der Feuerwehr Da du geschossen hast, darf ich dich jetzt auch abschießen Was denn? Vincent, was sind das eigentlich für gemmerliche Versuche, gerade ihn da irgendwie mit dem Jet zu bombardieren? Kamikaze Das war mal eine Feuerwehr Oh Leute, ey, Entschuldigung, aber wenn ich ein bisschen lauter werde, dann hört man das halt bei Vincent doppelt Das höre ich ja selber, ich höre mich ja selber Ja, du hast ihn weiß, dass ich hinter dir bin Was? Das ist widerlich Hier, guck Carlo, siehst du das? Kannst du das gerade sehen? Schade Oh, ja, das ist wirklich schade Das macht dich nervös Du Mann Ich bin mal kurz Ey Ich Ich bring dich schon nicht um, ne? Und du Ich darf dir einfach nicht vertrauen Ich sagte, ich bin mal eben AFK Yo Ja, Sepp hat mich einfach wieder Mach's was, ey No scope, no scope Weißt du, dass du mich nicht getroffen hast Ey, je... Hä? Auch ich hab dich gar nicht getroffen Hu Woah Ich bin der Besteste Der Besteste Denkst du, ich würde das nicht sehen? Ich bin der Besteste Nein, 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 sagte ich. Völlig wie wir uns gegenseitig in die Augen gucken, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich dich nicht treffe. Warte mal, hast du den Godmode an? Nee, warum? Gibt's das überhaupt? Das ist der Idee, den ich einsteigen wollte. Der Idee, den du einsteigen wolltest. Der schießt da gerade. Was zur... Vincent, du Skiller. Ey, die Feuerwehr ist ja komplett im Arsch. Wir können keine Muniz hier auffüllen. Die Folge ist gleich sowieso vorbei. What the... Auf was schießt du? Ich weiß auch nicht. Ist er da hinten? Nee, da hinten war er. Warte mal. Oh oh. Er ist in der... Lol, ich hab' die ganze Zeit auf... Ich seh! Ah, da kommt was! Ich weiß. Ich hab' die ganze Zeit auf dieser Hand. Ich hab' die Luft kaputt. Es ist grüßt, wir machen uns alle. Wir sind in diesem Spiel geboren. Ich hör' schon so. Ja, schieß doch drauf! Ja, ich... Nein! Ja, ich muss da sicher gehen, dass du mich nicht aufliegst. Das ist jetzt wieder so eine Situation, weißt du? Du... Wo seid ihr beiden denn? Die Granate flog so an deinen Kopf vorbei. Mach die Räder vom Bus kaputt, Kalu. Warte! Ich... Warte! Hau da rein Jungs Hau da rein Er hat angehalten, bleib ruhig Alles cremig Alles cremig Alles cremig Alles cremig Wirklich alles cremig Kann und wist gar nicht am Swann Kleine Nudel Wo bin ich? Nicht am Spawn Ja das stimmt Aber deine Mama Ich grau Hey wo bist du? Ich guck dir grad auch in die Augen Oh Ich guck dir grad auch In die Augen Hau? Wenn's halt wo bist du Ich brauch mal hier ein bisschen unterschieden Ja ich komm hier auch schon Was? Ich hab geschossen Ja du kannst Erleg mich mal eben Ich bin sowieso jetzt out of aimer Nö Okay Dann schlitt ich mich halt hier runter Den wollt er noch abstauben Ja den mach ich noch locker Ja nicht so Ach ne Feuerwehr geht denn nicht mehr Ja ich würd sagen Diese Folge endet dann hier oder? Nö Ich weiß genau warum Warum Wintel das sagt Ich weiß es genau Wintel das Unter dir das finde ich Ja weil ihr euch schon wieder abgesprochen habt Ja Warte ich stecke jetzt auf Und mach dein Engine auf Sebastian Geh unter den Spawn Okay Sebastian Ich bin unterwegs Aber warum? Weil Zum Abschluss soll's was Exklusives geben Oh mein Gott das wird fett In Perspektive einfach nur nach oben ziehen Aber nicht abschießen Ich möchte mal wissen wie das ist Oh nein fahr mich nicht um Du fährst mich nicht um Nein nein Hallo Sebastian Oh nein ich hab Inject gefliegt Ne die fliegt weg Fliegt ein Meilen weiter weg Nein die kommt runter Oh mein Gott nein Oha Ja das geht ja noch Oho Hä Bist du Wurfgarten Katle Ja ich nehme dir Hey Baba Hey Baba Hey Baba Warte ich mach jetzt ein bisschen Terror Hey Baba Baba Bitte schieß mich nicht auf Warte Kato pass Guck mal auf mich Und auf Vincent Vielleicht Wer von euch hat mich umgebracht? Ich bitte. Lol. Hä? Warum? Hä? Ich bin ja... Lol. Was ist denn los? Töte dich! Ich hab keine Monä. Hä? Ich hab nichts gemacht. Auch wenn es du auch kannst du haben. Ich schwöre das so an der Sebastian. Lass es. Ich bin out of ammo. Ja okay. Ach das bist du okay. Oh ey 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 ey. Ihr seht alle gleich aus. Ihr seid Klonkrieger. Oh der hell. Oh bist du du kleine Spasti? Okay, sollen wir jetzt die Folge werden? Okay. War noch so. Ich war noch die ganze Medikhäuser um hier. Medik. Oh ich hab beschossen. Aber wie lange? Auf ewig. Fuck. Fuck. Oshima. Jetzt mach' Ende. Mach' Ende. Mach' Ende. Mach' Ende. Mach' Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm. Kannst du auch? Ja, wenn es euch gefallen hat, dann ist das eine Bewertung. Gebet jetzt weiter noch ein bisschen Sebastian umbringen. Ja und teilt das Video, dann kriegen wir auch mehr Leute von uns mehr Geld und so weiter und so fort. Ja, genau. Aufgrund. That's why we do it. That's okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.